Die Übung Bulgarien Squats mit den Kurzhandeln für die Oberschenkel und den Po. Leider auch hier die exzentrische Phase völlig unkronnotiert ausgeführt. Kein guter Gleichgewichtstand und dazu völlig ohne Zielmuskelfokus. Wichtig hier darauf achten, Oberkörper schön gerade. Darauf achten ist, Vorderknie nicht weit über die Fußspitze rauszuschieben und den Oberkörper winkelrecht, senkrecht nach unten mit Fokus auf die Po- und Oberschenkelmuskulatur.